Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial. Mit dem Februar, da endet für uns Meteorologen auch bereits der Winter. Und nun ist es Zeit, nochmal einen Blick auf den aktuellen Jahreszeiten-Trend für das Frühjahr 2019 zu werfen. Und demnach könnte der Frühling tatsächlich relativ warm und auch sehr trocken ausfallen. So zumindest sieht es die aktuelle Prognose vom US-Wetterdienst NOAH. Und der hatte ja bereits richtigerweise auch den Winter 2018, 2019 als sehr mild angekündigt. Schauen wir uns mal die Monate im Einzelnen etwas genauer an. Und demnach könnte der März weitgehend um 1 Grad zu warm ausfallen. In Süddeutschland könnte die Abweichung sogar um bis zu 2 Grad betragen. Ebenso auch im Norden von Europa. Noch ein bisschen wärmer könnte dann der April ausfallen. Teilweise wirklich flächendeckend um 2 Grad zu warm. Also doch eine deutliche Abweichung nach oben. Und auch der Mai, der könnte zumindest bei uns in Deutschland, aber auch in Frankreich und Spanien um bis zu 1 Grad wärmer ausfallen als im langjährigen Durchschnitt. Und in Skandinavien, da würde die Abweichung sogar teilweise bis zu 2 Grad betragen. Zum Schluss nochmal ein Blick auf die Niederschläge. Und demnach könnte vor allen Dingen bei uns in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz das Frühjahr doch ziemlich trocken ausfallen. Das heißt, große Niederschlagsummen wären erneut nicht in Sicht. Und das erinnert sehr stark an das Frühjahr 2018. Lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, das ist alles keine klassische Wettervorhersage, sondern wirklich nur ein Jahreszeiten-Trend. Ja, und das Wetter für die kommenden Tage für euren Ort gibt es natürlich wie immer unter www.wetter.net. Tschüss, bis bald.